Und ich muss ganz kurz mal fragen, Leute, mir fehlt schon wieder ne Hose. Hat jemand ne Hose für mich? Ich hab eine Hose für dich. Dankeschön! Hat jemand auch etwas, um meine Wolfsnippel zu bedecken? Dankeschön! Wir starten mit dem Affentanz! Tanzt alle den Affentanz. Ich mach mich zum Affen, denn ich bin ein Affentanz. Na 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 na, das war kein Deutsch, aber ist auch egal. Ich hab das Gefühl, dass die Leute das nicht mögen, aber ist mir auch egal. Okidoki? Ok. Ja? Mama? Ja? Was machst du denn? Seit wann spielst du Bad Wars? Oh, ich hab ein bisschen eine Videosange geguckt. Und jetzt zog ich. Pokéball, los! Los, Pikachu! Kill den Moloch! Wieso hab ich den Sch... Komm mit, komm, ich nehm mich auf den Arm. Das ist nicht ultimative... Was? Komm mit, komm doch mit! Wohin denn? Ja, ich wollte auch nur mit dir spazieren. Guck mal, deswegen... Kann ich... Kann ich nicht friedlich mit ihm zusammenleben. Aber wir machen doch eine WG auch. Ja? Ja! Hast du mir versprochen. Oh! 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 Leute! Das war doch mal wieder ein ziemlich nice Video, beziehungsweise ziemlich nice Animation von dem guten alten Miao-Ei Animation. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, vor allem wenn ihr mehr von diesem Schlüssel sehen wollt. Schaut unbedingt bei Miao-Ei Animation vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Zeigt ihm auf jeden Fall ein bisschen Support. Der macht jetzt schon so lange richtig, richtig nice und lustige Animationen für meinen Kanal. Aber auch zum Beispiel über GLP hat er ein paar Animationen gemacht aus seinen Folgen. Also es lohnt sich. Da gibt es immer coole Sachen zu entdecken. Und ja, ich muss mich jetzt noch ein bisschen an Minecraft Freedom setzen. Denn ich muss ja ein bisschen vorproduzieren. Denn die Gamescombe ist gerade am laufen. Beziehungsweise ist in den Startlöchern. Leute, habt alle noch einen traumhaften Tag. Hier sind jetzt noch ein paar Videos verlinkt. Schaut sie euch sehr, sehr gerne an, falls ihr das noch nicht getan habt. Denn das sind ganz geile Videos. Leute, habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao!